Dauert ja nicht mal lang, dann haben wir das fertig. Alles klar. Dann haben wir das alles erstmal. Gucken wir jetzt immer weiter. Lagerraum wird knapp. Dann bauen wir das aus. Dann sollte es ja erstmal wieder passen. Wir müssen ja nicht immer wieder was Neues bauen. So, Sauerstoff sollten wir verbessern, weil wir uns hier auch immer weiter vergrößern. Auch wenn das hier bei 96% ist. Lieber vergrößern, als da Nachsicht haben. Das können wir nicht ausbessern, weil wir keine Ressourcen haben. Alles klar. Müssen wir das mal ausbauen, ha? Und auf höhere Priorität setzen, wenn es möglich ist. Ne, ist nicht möglich. Hat schon. Okay, gut. Wie geht es denn den Leuten? 79%, 78% zufrieden, 80% zufrieden. Ach, das ist doch schön. Wir haben jetzt 64, äh, 74 Leute, sag ich jetzt mal. Also Kolonisten, Bewohner, wie auch immer. Äh. Alles klar. Importiere 300 Mais. Okay, versuchen wir das mal. Dafür bräuchten wir aber erstmal Reis. Dann können wir das erstmal exportieren. Okay, gut. Ähm, gucken wir jetzt nochmal, wir sollten hier nochmal kurz etwas verbessern. Äh, nicht den Energiesprecher, irgendwas anderes war es. Ich erinnere mich gerade noch nicht. Doch, die Wasserpumpe hier. So. Lagerung könnten wir theoretisch noch einmal verbessern. Das werden wir auch tun. Und die Mine. Gut. Dann warten wir ein paar. Ja, Sekündchen, sag ich mal. Damit wir hier ein bisschen was bauen. Am besten, wir warten einfach mal den Winter ab. In der Zeit kommen wieder ein paar Leute, dann können wir wieder ein bisschen was hier machen und tun. So, gucken wir einfach mal. Keine Baudrohnen. Ach, da war ja was. Ja, 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 ja. Da war was, da war was, da war was. Ähm. Gut. Achten wir mal da drauf. Alles klar. Fünf neue. Fünf neue. Wunderbar, das sind dann direkt zehn. Alles klar, das heißt, wir können jetzt hier ran bauen. Und die Generatoren bauen, beziehungsweise einen erstmal. Und den anderen hier hin. Ich mache mir Sorgen aber über das Wasser, auch wenn es plus eins ist. Ähm. Ich mache mir trotzdem immer Sorgen, also kommt das erstmal hier noch ein dazu. Äh, Ressourcen, Essen ausgezeichnet, angemessen. Ist immer noch für mich zu schlecht. Das ist... Das ist... Belüftung können wir einmal ausbauen. So, Ziel erfüllt. Zuwanderung. Was haben wir geschafft? Yep. Zu wenig Leute. Ja, war klar. Diese Kolonie könnte etwas mehr Schutz vertragen. Bitte wohl... Drei Blitztürme. Wow. Ich würde mal einen hier hinsetzen und einen dorthin. Dann haben wir so ziemlich jede Ecke, wo wir wirklich viel bauen könnten. Auch mehr oder weniger abgesichert, sage ich jetzt einmal. Äh, ja. So, wir haben aber auch irgendwo hier einen Speicher doch gesetzt, ne? Einen Energiespeicher oder sowas hatten wir doch hier. Äh, ja. Den bauen wir aus, sicherheitshalber. Was ist das? Nicht genug Wohnungen. Oh, ja. Ja, 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 ja. Hochhaus. Können wir nicht die Löcher einfach zuschaufeln und das da reinpacken? Ähm. So. Jetzt bauen wir aber auch Straße hier. Ne? Und verbinden das mit dem da mal. So. Alles klar. Gut. Lagerraum voll. Oh. Das ist natürlich nicht gut. Was haben wir denn so viel? Ach, essen. Davon essen. Ja, okay. Hm. Ja, nochmal ausbauen können wir uns nicht, ne? Ne. Energie haben wir auch nicht genug. Ähm. Ja. Da haben wir noch eine Quelle. Die müssen wir dann wohl oder übel anzapfen. So. So. Und dann können wir nämlich auch das gleich bauen. Wenn wir die Rohstoffe wieder dafür haben. Ein Chemie-Ding. Ja. Okay. Ich soll Chemie bauen. Gewinner ein Referendum. Ach. Drei Hochstationen. Okay. Ja, gut. Alles schön und gut, aber dennoch müssen wir hier selber bauen. Ein Referendumsjahr hat begonnen. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Das interessiert mich jetzt aber erstmal nicht. Ich brauche ein Lager. Äh. Lagerarbeiter bitte dorthin. Forschung abgeschlossen. Hervorragend. Ich glaube nämlich, hatten wir das jetzt richtig eingestellt, dass der jetzt mehrere Sachen erstmal macht? Ja. Hervorragend. Moral. Ausreichend. Alles schön. Hochstationen. Wo lohnt es sich denn hier, denke ich mal? Ähm. Setzen wir hier eine hin und hier eine hin und dann ist gut. So. Jetzt hoffentlich sind sie ruhig. Ein Chemie-Ding wollen die haben. Ein Chemie-Labor. Es gibt zu viel Kriminalität. Oh. Ja. Das. Äh. Blockiert. Ja. Genau das dachte ich mir nämlich gerade. Ich brauche Schutz, ne? Und dann. Ja. Äh. Ja, ja, ja. 22 Autos ist aber teuer. Der will gut. Phlaumen haben. Gegen Brot. Ja, das schlägt ein bisschen doll ein. Versprochen, im nächsten Mal sind wir dann besser unterwegs. Alter, da sind wir vorsichtiger. Ei, ei, ei. Das war wirklich nicht so gut. Goldflaumen. Müssen wir das nicht erst noch erforschen? Goldflaumen, ja. Okay. Okay, 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 okay. Ich habe es eingesehen. Das war nicht so der Hit. Das Problem ist nämlich aber auch, die Dinger brauchen Energie und Anschluss und so weiter und so weiter. Das heißt, wir müssen echt zusehen, dass wir mehr Schutz hinkriegen. Okay, ähm. Wir müssen unsere Produktion erhöhen. Wir müssen sie echt wahnsinnig groß erhöhen. Was? Keine Baudrohne in der Nähe. Was? Tatsache. Okay, wie weit könnten wir sie kriegen? Wir könnten sie hier hinsetzen. Ja, jetzt nicht. So, wir bauen die jetzt so dorthin. Und setzen diese Straße direkt dorthin. Setzen die Mine dahin. Oh, ein zu kurz gemacht. Huppala. Okay. Ja, kann passieren. Okay. 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 Glückwunsch zum Gewinn des Referentums. Ja, dankeschön. Fünf Bergbaugebäude. Hohohohohohohoho. Fünf Stück? Wirklich? Dafür bräuchte ich aber mehr Leute. Und mehr Wasser wahrscheinlich. Oh. Lagekapazität ist Mangelware. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken. Da muss noch was repariert werden. Oh, Wasser. Ja. Da was müssen wir aufpassen. So ist nämlich nicht witzig, wenn wir sowas reparieren müssen irgendwann. Und wir das aber nicht können. So. Okay. Okay. So. Ähm. Sieben sind dazu gekommen. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Leute. Wir müssen aber gucken, dass wir da auch rankommen. Und natürlich. Also hier haben wir nichts mehr, wenn ich das jetzt richtig im Blick hatte. In der Nähe ist erstmal. In der Nähe ist erstmal hier nichts gut. Dann werden wir dieses hier jetzt erholen. beziehungsweise versuchen. Wir gucken mal, wie weit wir das erreichen. Bis dahin. Dann bauen wir ein kleines Drohnteil dorthin. Das geht sehr schnell. Zack, 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 zack. Bauen erstmal Wege bis dahin, wo wir können. Dann setzen wir direkt das nächste. Und warten darauf, dass wir das jetzt so weitermachen können. Oh, wir brauchen Lager. Lager, 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 Lager. Lager. Und setzen direkt mal eine Mühle. Wie sieht's bei der Forschung aus? Das machen wir mal, weil das uns bekannt ist. Oh, die Luftqualität ist niedrig. Okay, stopp, 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 stopp. Äh, hier leidet sie. Okay, gut. Okay, so. Das darf jetzt weiter. Giftige Abgase. Aber das war doch eben noch kein so ein giftiges Ding, oder? Das ist uncool. Das reißen wir ab, damit das da... Ähm... Okay, stopp. Wir brauchen... Wir brauchen... So was hier. Ich weiß jetzt nicht, was genau da los ist. Wir brauchen wahrscheinlich ein gutes Filtersystem. Luftfilter. Okay. Weil es ist eigentlich draußen. Das dürfte ja nichts gefährlich irgendwie uns werden. Oh, na toll. Jetzt kommen die auch noch. Okay. Reparieren. Sieht aber gut aus, dass sie das jetzt ja alles eindämmen. Das ist sehr, sehr schön. Hervorragend. Gut. Also. Was wir eigentlich bauen sollten, das sind ja Minen. Giftabgas. Gut. Scheint das zu überstehen. Jetzt bin ich nur neugierig, was damit jetzt hier ist. Okay. Okay. Nein. Jetzt bin ich奶m auf.